So. Deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass er zu den guten Jungs gehört. Vor allen Dingen, weil er für Hades arbeitet. Und Hades ist bekanntlich der Herr der Unterwelt. Und Cloud wäre gerade fast abgenüttelt, richtig? Richtig. Hi. Hey, alles in Ordnung? Der hat versucht, dich umzubringen, Sora. Ja. Warum hast du dich mit ihm überhaupt eingelassen? Ich suche ihn. Ich suche ihn. Ich suche ihn aus. Und Hades hat versprochen zu helfen. Ich setzte auf die Macht der Dunkelheit. Aber das war ein Fehler. Ich fiel in die Dunkelheit. Ich konnte das Licht nicht finden. Du wirst es finden. Ich bin auch auf der Suche. Genau. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Sora hat volles Verständnis für Cloud. Weil er für Rico und, äh... Kairi auch gemacht hätte. Alles gemacht hätte. Pass gut darauf auf. Was ist das? Wie wär's mit einer Revanche? Aber auf die Fähretour. Ohne finstere Mächte. Muss das sein? Ich glaub, darauf verzichte ich dich. Danke. Da wär ich jetzt auch. Sora hat perforieren gelernt. Was für ein Scheiß? Ich versuche immer das Menü mit Dreieck zu öffnen, aber das ist Tales-Off-Steuerung. Ich spiele im Moment zu viele Tales-Off-Spiele. Was wollte ich jetzt tun? Oh. Ich hab was gelernt, ne? Ja. Perforation. Ziel wird durchstoßen. Kombo durch rechtzeitiges Tasten drücken. Mittelkampf-Technik-AP-Verbrauch 2. Habe ich ehrlich gesagt gerade kein Interesse dran. Ich hab auch nicht genug AP dafür. Im Moment benutze ich meine AP ehrlich gesagt sehr gerne für, ähm... The fuck? Was geht denn jetzt für mich da? Du bist vollkommen in jeder Hinsicht vollkommen nervtötend. Der war schick-wahnsinnig. Ha, das ist einfach. Moment, warum mach ich mir Sorgen? Ist doch alles arrangiert. Ganz ruhig. Oh, ganz einfach. Soll Herkules doch den Jungen trainieren. Bei den nächsten Spielen kassier sie beide. Wer hat dich denn zu der Party herengeladen? Halt dich da raus. Das ist meine Show. Wie du wünschst. Vielleicht gewinnst du ja tatsächlich. Sie ist irgendwie ziemlich dreist. Okay. Hier haben wir nicht so ein Schlüsselloch wie bei den anderen beiden. Aber ich bilde mir ein, dass wir hier jetzt erstmal nichts mehr tun können, oder? Kommen wir doch noch. Ich gehe noch einmal kurz zurück. Ähm, weil da gerade jetzt noch so eine Sequenz war. Vielleicht können wir jetzt hier doch mal was tun. Weil dieses Schlüsselloch auch nicht da ist. Bei den anderen ist das Schlüsselloch da. Jetzt will ich noch einmal kurz, äh, mit Dingen sprechen mit, schlag mich tot, äh, Phil. Und mal schauen, ob er vielleicht doch noch was Neues sagt. Abgesehen dafür würde es mir auch mal interessieren, wie Cloud jetzt abgeblieben ist. Was ist das? Angehende Helden mäßt eure Kräfte beim Phil Cup. Oh. Oh, Sekunde. Grün ist das Symbol, okay. Grün kann ich momentan noch nichts anfangen. Das ist... Die nächsten Spiele warten auf sie. Seien sie dabei. Okay. Hier ist sonst aber kein neues Symbol erschienen. Und dort hinten ist eigentlich auch keins gewesen, oder? Äh, aus... Angehende... Ja, es steht genau dasselbe. Ja. Dann reden wir mal kurz mit Herkules, der da jetzt so schön provokant steht. Hallo, Herkules. Na, Sora? Kannst du wohl die Spiele kaum noch erwarten. Klar. Ich habe eigentlich nur keinen Bock, wieder nach Traverse zu gehen, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich da jetzt weiterkomme. Du willst antreten? Komm später wieder, wir sind noch nicht fertig. Du kannst mit Fässern trainieren, wenn du magst. Vergiss es! Hast du die Nerven verloren, Kleiner? Ja, oh ja, und ich verliere gleich noch gar was ganz anderes. The fuck? Verschlossen. Eine Truhe. Ich will die Truhe. Oh mein Gott. Ups. Das zu dem Thema. Okay. Dann gehen wir jetzt doch wieder nach Traverse. Weil uns ja so viel andere Möglichkeiten leiden. Ja, genau. Vielleicht passiert hier jetzt doch nochmal irgendwas Neues. Vielleicht ist das jetzt auch einfach offen, dieser Kanal. Vielleicht auch nicht. Ich sage, es ist nicht offen. Ich muss bestimmt noch irgendwas machen. Vielleicht wirklich was mit dieser Glocke. Und ich peile mir bestimmt jetzt vielleicht auch nicht was. Schon alleine. Weil mich diese Viecher immer so... Ah, nein, 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 nein. Das war klar. Ey. Ich bin... Ich gehe gleich abkratzen, kann das? Okay, ich sollte mir dringend dieses Leben hier holen. Ganz dringend. Braucht das alles. Schnell her damit. Danke. Okay. Ach so, das ist aber erstmal nur der Schild, ne? Dann habe ich auch noch so eine Energieanzeige. Ich glaube, die muss erst ganz leer gehen, bevor ich tot bin. Aber ich fände es auch schon praktisch, wenn mein Schild gar nicht erst kaputt gehen würde. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ah. Zielen will gelernt sein. Aua. Und ich voll da rein. Was auch sonst. Ich treffe den fliegenden Krieger da nicht. Aua. Da war es. Ja, ein Protospiel. Ich muss wirklich mal zwischen den Pads schauen, ob ich hier vielleicht schon irgendwas machen kann. Vielleicht gleich noch kurz mal schauen. Ich überlege es mir gleich. Wenn ich da bin. Was eigentlich bald sein dürfte, denke ich. Aua. Ach, scheiße. Zu viele Viecher. Das, wo ich doch so... gut treffe und so zielsicher bin und so ein rotes Guggy. Man bekommt aber irgendwie immer nur prinzipiell dieselben Guggy, glaube ich. Ah, da ist Traverse. Schön. Das heißt, wir sind da. Oh, da kommen noch mehr Flugzeuge. Wir sterben. Tja, das ist zu dem Thema. Trollers Mitte, meinetwegen. So. Kommt jetzt hier mal irgendwie eine Sequenz vielleicht? Die mir zeigt, dass es hier vielleicht doch irgendwie weiter geht, oder? Nö. Warum auch? Sagt sie jetzt was Neues? Bitte. Ganz toll, bitte, bitte. Äh. Ja. Das hat jetzt viel gebracht. Nämlich nichts. So schlau waren wir vorhin nämlich auch schon. Äh, 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 äh. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sekunde. Da war, glaube ich, noch eine Stelle, wo ich noch nicht war. Also, wo ich in den vorherigen Parts jetzt nicht war. Ähm. Ja, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Ich wollte eigentlich gerade nochmal ganz kurz speichern, bevor ich mich hier wieder in die Höhle des Löwens begebe. Das war, glaube ich, der südliche Bereich. Von, da wo der Endball, ach, der Endboss, genau. Weil das auch der Endboss war. Dieser eine Boss war. Dieser erste Boss. Von Traverse. Oh, okay. Stand da schon immer? Irgendwo findet ein großes Turnier statt, Kupo. Äh, okay. Meint er das im Olymp, oder? Die Schapen, keine Ahnung. Könnte allmählich sogar kratten. Sehe ich gerade. Also, ich habe jetzt vier Parts aufgenommen, wollte ich damit sagen. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal kurz gucken, ob in der Hintergasse vielleicht, äh, ob ich da jetzt vielleicht weiterkomme. Und dann spiele ich noch ein bisschen weiter. Und wenn ich da jetzt gerade nicht weiterkomme, dann... Ach, keine Ahnung. Dann schaue ich im nächsten Part, oder in der nächsten Aufnahmesession, ob ich da weiterkomme. Falsch, da wollte ich nämlich... Genau da wollte ich diesmal nicht lang. Schon wieder auf dem Dach. Yay! Da kann man also nicht drauf. Da rutscht man runter. Äh, Traverse Süd war das hier? Ich glaube, Traverse Süd waren wir nämlich jetzt noch nicht. Nee, das ist Traverse Ost. Sekunde. Geht man überhaupt nach Traverse Süd? Ich gehe jetzt mal nach Traverse Ost. Habe ich gerade so entschieden. Ah, genau. Hier waren wir noch nicht. Oh, da fuck. Ganz viele komische Viecher. Also jetzt bloß so... Das ist zum Thema komischen Viecher. Fische sterben. Bitte nicht. Los, Tua. Hau doch rein. Da ist noch einer. So, wo sind noch mehr? Da ist noch einer. Na, komm her. Und der da. Wenn du nicht freiwillig kommst, hau ich dich halt aus der Luft. Das können wir auch machen. Das lässt sich doch ganz leicht einrichten. Nein, nein, nein. Sag mal, die laden sich glaube ich immer auf dann, ne? Weil ich glaube, die hören auf sich auf zu laden, sobald ich irgendwie also so... ...rolle. Okay. Ich hab halt wieder keins hier, was wir getrunken. Vor allem schaffe ich es im Moment irgendwie immer mitten in den Angriff einzurennen. Das sollte ich mal aber nicht. Ha! Jetzt bitte sag mir, hier kommt gleich schon wieder so ein Dickerchen. So. Und bitte sag mir, dass es jetzt irgendwas Sinnvolles hatte, dass ich hier bin. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Ein Stromkabel. Oh, Sekunde mal. Ich hab ne Idee. Ähm. Ich kann doch. Ich kann doch. Blitz. Vielleicht. Strom. Da ist so ein Blitz-Symbol. Ich hab irgendwas richtig gemacht. Was hat das jetzt genau gebracht? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Schlüsselloch. Ist das Traverse-Mitte? Da wollen wir nicht hin. Wo kommen wir her? Hier ist nichts. Hier ist... Hier sind die Erzlöse. Hier sind die Erzlöse. Und ein Technik-Point. Beziehungsweise ein Technik... Äh... Technik-XP. Keine Ahnung. Hier fährt ein Level ab. Das war doch ein Dickerchen, oder? Nee, doch nicht. Irgendwie kam mir das gerade... ...aus der Perspektive so groß vor. Ich möchte aber wirklich jetzt nicht hier raus wieder. Ah, nö. Noch mehr. Ist dein Ernst? Ich war nur dieses ungewohnte Haus. Ich war doch noch im letzten Mal, als ich da war, war da echt gar nichts. Ich will jetzt erst mal gucken, was ich hier gerade für ein Mechanismus ausgelöst habe. Ich meine, irgendwas muss ja jetzt passiert sein. Ich meine, das hat ja offensichtlich... Das hat ja irgendwie zu Klick gemacht und dann... ...ist da halt so Strom geflossen. Insofern sollte da doch jetzt irgendwas passiert sein, richtig? Eine Flamme. Zauberhaftes Haus. Cool. Äh. Okay, dann gehen wir gleich erstmal in das zauberhafte Haus. Irgendwas sagt mir zwar... Was ist das eigentlich? Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Tür, aber ich glaube, es ist keine Tür. Ach, ich habe keine Ahnung, was ich hier getan habe. Auf jeden Fall, ähm... Gehen wir jetzt in dieses zauberhafte Haus rein. Habe ich gerade geschwurr lassen. Obwohl, ich heile mich jetzt gerade nicht. Brauche ich jetzt nicht. Erstmal gehen wir hier rein. Hinterfrag. Nix, das ist jetzt hier irgendwie so unheimlich. Eigentlich finde ich das ja voll unheimlich. Wegen sich die Dinge? Tatsächlich. Und was sagt man, dass hier nicht ins Wasser flamen sollte? Ich weiß einfach, ob ich nicht ins Wasser flamen sollte, weil ich da nicht mehr rauskomme. Äh, ehrlich. Jetzt wäre es gerade praktisch, wenn ich irgendwo... Äh, kann ich schneller? Ja. Achso, da. Jetzt wäre es gerade praktisch. Kann man vielleicht, wenn ich jetzt... Menü... Ich würde gerade gerne den Kontrast des Spiels hochstellen, weil ich nicht wirklich gut sehe. Ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so ist oder ob das... Man mitfällt, dass sie hier im Raum sind, aber... Ich sehe auf jeden Fall nicht so gut. Okay. Ähm... Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Ort. Oh Gott. Oh Gott. Wo zur Hölle bin ich? Oh Gott, da springt bestimmt gleich irgendwas. Ist das der Raum der Halluzination? Das war jetzt seltsam. Nun, nun. Ihr kommt früher, als ich dachte. Merlin? Sie haben gewusst, dass wir kommen? Natürlich. Sind Sie ein Herzloser? Er sieht nicht so aus. Du meine Güte, nein. Ich heiße Merlin. Wie ihr seht, bin ich ein Zauberer. Ich heiße Fidel. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Euer König hat mich um Hilfe gebeten. König Miki. Ja, eben der. Donald Goofy. Und wer bist du, junger Mann? Ich bin Sora. Aha, ihr habt also den Schlüssel gefunden. Worum hat der König sie gebeten? Einen Augenblick. Resto. Resto. Was ist das? Was ist das? Was sind das? Achso, er packt gerade sein... Er packt anscheinend gerade seinen Scheiß aus. Yay. So. Ahem. Euer König bat mich, euch in der Kunst der Magie zu unterweisen. Wir können jederzeit damit beginnen. Lasst mich wissen, wann ihr mit der Unterweisung beginnen wollt. Oh, und noch etwas. Das ist doch der Wagen von Zingerella, oder? Hallo, ich bin die gute Fee. Euer König hat mich auch nicht gebeten, euch zu helfen. Ich stehe euch während eurer Reise zur Seite. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber kommt jederzeit vorbei. Okay. Da ist eine Trio-Tech. Das will ich jetzt erstmal machen. Hm? Geld und eine Truhe. Äh, also so ein kleiner Schatz. Ham? Mega, äther. Cool. Ich will die Tala haben. Tala haben. Okay. Okay, dein Haus verlassen wollen wir gerade noch nicht. Wir wollen erstmal speichern, weil ich das gerade so möchte. Äh, mache ich das jetzt in diesem Part noch? Ich kriege nämlich allmählich echt Hunger. Hm. Ich gucke mir wenigstens noch mal kurz hier oben. Das kann ich aber alles nicht wirklich ansprechen. Und du sagst mir was? Meine Welt ist auch verschwunden. Und Merlin sagt mir was. Was gibt es? Äh, ja. Will man die üben. Habe ich jetzt gerade einfach mal so spontan entschlossen. Okay. Ein großer leerer Raum. Schön. Hier kann man ohne Rücksicht auf MP-Mangie geübt werden. Merlins zauberhafte Möbel stellen sich als Ziele zur Verfügung. Sind die herumfliegenden Möbel zu lästig, können sie auch ruhig gestellt werden. Genug geübt, kann einfach Merlin ansprechen und beenden wählen. Du willst also üben? Äh, klar. Mach mal. Welche Art von Zielen? Äh, beweglich. Los geht's. Los geht's. Ah, ich bin gerade für's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ja, ich weiß nicht. Kein Schaden. Das habe ich gesehen. Ist mir aufgefallen. Weil auf Einstreich. Ich will mal gerade die Tasse haben. Genau, die Tasse. Das ist schon klein. Cool. Egal, ich will hier auch nicht groß jetzt rumtrainieren. Wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich nur... Ich wollte eigentlich nur probieren, was es ist. Aber gut zu wissen, dass man hier mit Magie üben kann. Ich weiß nicht, was da später mal so für Technik noch kommt. Dass man das vielleicht auch mal nötig hat. Untersuchen. Ach, sie verwandelt sich jedes Mal wieder in so einen Teil. Ist ja cool. Das ist aber nichts Neues. Dann werde ich jetzt speichern und eine Aufnahmepause machen. So. Speichern. Ich spiele und beschreiben. Ja. Perfekt. So, in dem Fall würde ich sagen, wir sind ready, steady, go. Ja. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Bisschen was über eine Stunde. Das bedeutet, das sind vier Parts. Das bedeutet, ich habe bis einschließlich Montag was zum Hochladen. Und das bedeutet, dass es keine Pause bei Kingdom Hearts Videos geben wird. Was eigentlich schon mal ganz gut ist, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios.